So, und da sind wir wieder in der Mischung. Miss Jungen, hast auf, wohin trittst? Ach, was zum... Alter, was ist das denn für ne schwule Waffe? Nein, ich habe die falsche Waffe. Ach okay, ich kann hier ja wechseln, wie ich liebe. Ich laufe einfach durch. Interessant ist, dass die Gegner das Level... Na toll, jetzt denke ich, das ist Schweiß, was mir runterläuft, aber das ist das Wasser, das mich ein bisschen gewühlt. Ich denke, ich sollte mir einen Eimer Wasser hin tun und dann Füße rein. Das soll ja auch gut sein. 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 Bestimmt, hier gibt es ja Infizierte. Alter, und wie schnell die mich runterschießen. Aber... Das sollte nicht mehr allzu problematisch sein, weil ich so bis 20 bin. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Ah, wer war ich? Okay. Das war's für heute. Dich? ist das jemand gesehen? Ihr könnt mich nicht kalt stellen Wo bist du denn hin? Du wirst! Wo ist Selina? Oh mein Gott, was willst du denn da oben? Ja, dann interessierst du mich da oben nicht, tschüss. Ja, dann interessierst du mich. Das heißt, du hast jetzt mittlerweile schon drei Platins? Alter! Wer? Oh nein, nicht abhauen! Komm zurück! Oh nein, 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 den krieg ich doch nie tot. Schnell Raketenwerf oder so. Ach, verdammt! Na dann viel Spaß mit Brotherhold. Das war schon, glaube ich, ein Tick schwerer. Vielleicht hole ich mir auch mal die LCO Collection. Alter! Alter! Naaah! 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 Na, da ist schon wieder so einer. Ah, jetzt habe ich das schon wieder ausgestellt. Ich brauche doch die Luft. Oh Gott! Oh Gott! Was? Ich habe meine Pflicht getan! So, ich glaube, ich muss hier runter werben. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Hier ist da unten überhaupt was? Alter! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Warum versuchst du eigentlich nicht noch die God of War Platin? Das ist eigentlich auch nicht so schwer. Alter! Ich bin tot. Ich seh hier auch keinen. Ja, ich bin so tot. Ach, sag mir nicht. Oh nein! Ach verdammt nochmal! Yay! Da kann ich nicht landen, oder? Nee! Das sieht nicht so aus, als würde ich da landen können. Äh! Scheiße doch! Doch! Das ist auf keiner Karte angezeichnet! Wahrscheinlich nur von den Plattformen zu Plattformen! Aber da ist auch... Alter, kann ich da wirklich hin? Experimente! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum? Wieso seid ihr in solchen komischen Kisten? Hm! 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 Ja! 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 Das ist sicher... weiter kann ich das auch laden? Ne, das ist schon Oh Gott Ich glaube die Ezio-Edition ich mir wahrscheinlich wirklich erst wenn ich wenn ich mal ein paar Spiele durch habe wenn ich die Daryl McRae da ja genau und 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 Hör zu, was immer du vorhast Es wird nicht klappen Ein Laser dieser Größe mit so viel Energie Sarpedon hat ihn garantiert so manipuliert dass die ganze Station hochgeht wenn du versuchst ihn zu deaktivieren Ja, dieses Spiel auch noch durchs und so weiter, also ich habe noch viel zu tun, aber da ich die Assassin's Creed Teil ja schon desplayed habe, werde ich die auf jeden Fall nicht ans Display machen, aber vielleicht in Street. Da bin ich wieder. Ich glaube, du warst abgehoben, mein Freund hier. Nein, in dem Fall seid ihr alle böse. Sogar du Beulen-Arbeiter. Der hat eine Beule, aber so richtig eklige. Du hast so eine Pestbeule. Du bist eine Badassbeule. Okay. Gegen diese Pestbeule will ich nicht kämpfen. Hä? Oh Gott. Ey! Das ist unfair! Oh Gott! Nice! Ich habe aber noch sehr viel Platz. Ich glaube, ich muss hier... Ah! Hier hin. Ich hatte schnell. Ich bin. Du bist Software. Oder? Hier hin. Hier hin. preoccupiert. rid bush. Integrieren. terrain делать. Ja, verdammt! Hier oben! Du bist am Arsch! Gott, das ist pfefft an mich!